hier liegt noch eine Makete eine Maschette ich bin noch gar nicht drin jetzt bin ich drin aber sie haben noch ein Bild auch nicht gesagt was war aber ich komme ich mit wir kommen davon Kumpel aufgeteunt aufgeteunt okay hey mach den Motor hey mach den Motor wer wisst dass wir beim Finale nein noch nicht beim Finale sind erst die vierte von fünf Maps wir nehmen alles zurück Brat von den Kommando Brat von den Kommando Peel in wer hat die Peel in genommen? meine Peel in Zumba Pass auf auf ah Gott incoming Schoky 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 auch der Charger gekommen Gott sei Dank der Jockey hätte mich sonst getötet Hilfe ja ich beeil mich ja und verdammt nein ich habe keine Muni er muss ich schlafen wir unruhigen der Thun unglaublich wie schnell ihr alle grepiert ist wir etwas Wätsch oder woher eine Nein! Hier ist sie! Hier ist sie! Hier ist sie! Unglaublich! Unglaublich! Ich brauche Munition! Also Monus Left 4 2 als Witch dabei! Oh oh oh! Unbedingt! Das geile Left 4 2 Real Life Videos! Shotgun! Das rasch ich hier mal ein bisschen durch! Spitter und Nummer! Das ist mir scheißegal! Wir haben Obst im Haus! Wir bringen immer das Gleiche! Ich kann mal einmal da nicht da drauf schießen! Du bist doch beendet doch! Ich hab ne Rohrbombe! Ich hab ne Rohrbombe! Ich kletter mal da rauf, da bin ich wenigstens sicher! Scheiß Mongo! Wer hat den Molotow geworfen? Ich werde hier stehen mittendrin natürlich! Nie wieder! Nie wieder! Das ist dir hoffentlich bewusst! Das ist dir hoffentlich bewusst! Du bist dich! Verdammt! Ja! Äh! Ah! Ah! Ah, sag doch mal! Kannst du mit mal die Seite doch verteidigen oder was? Oh Gott, ich erinnere mich an böse Zeiten. So, jetzt. Ja, Munition! Ist er weiter? Ja, hier geht's noch weiter. Oh, da ist ein Globmann. Oh, 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 oh. Oh, oh, ich nehme ein Schauschützengewehr. Wenn ich ausgültere, wie kann man das ausgültere, dann kommt man mit. Hallo. Grobert. Warum bin ich so langsam? Weil du nur noch ein Live hast. Was? Weil du nur noch ein Leben hast. Ach, ne. Bleib stehen, warte, warte, warte. Geht endlich still und lass dich verarzen! Hey, ihr zwei davon geht jetzt drauf. No, ich nicht. Aber ich bin schon draufgegangen. Unten rum, Manu. Unten rum. Bist du schon da runter? Ich springe aus dem Fenster. Natürlich. Verdammt. Nein, Smocker, Smocker, Smocker hat mich, Smocker hat mich. Rechts sich auf mich, rein, einfach rechts sich auf mich. Ohne Smocker. Tja. Hallo Alex. Oh, ein Rasenmäher. Oh Gott. Und einen schönen Bräuler. Mit Beiler. Wenn ihr seid viele, folgt mir das selbe, Mann. Es ist einfach so geil. Ah, Hunter! Alex! Runtergesneipert, Mann. Scheiß Camper. Camper? Ja, schau mal, wo ich bin. Ja du! Du hast dich grad selbst beleidigt, okay. Ich schnebe mal. Du weißt, dass du mit der mittleren Maustaste zielen kannst? Ja, ja. Ja, hab ich gewusst. Jetzt schon, ja. Nein. Ich komm nicht von hinten. Ich komm nicht von hinten. Ich komm nicht von hinten. Und mir rausgedacht zu sein. Wenn du bauen gehst, ich rette dich nicht. Ah, halbe. Hilfe! Ah! 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 Wo müssen wir hin eigentlich? Hinter die Brücke entlang. Ja, aber. Ich hab's doch gleich gesagt. Hunter, 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 Hunter. Aufgepasst! Wie wird der Hunter getötetet? Ah! 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 Ich bin gleich tot! 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 Ah! Niemaaals! Ich hab' mich von oben! Ich hab' mich von oben! Ich hab' mich von oben! Ah Gott! Ich hab' mich von oben! Jawoll! Die meisten Abschüsse wieder! Ich hab' noch zwei live! Ich hab' jetzt schon zwei Medi-Kids an euch geopfert! Oh! Pssst! Ich hoffe, das ist euch bewusst! Geopfert? Nee! Du bist öfter als ein Viererschein Lapping genannt! Hehehe! Der One-Singe, was natürlich wieder lacht! Das ist ein Insider, aber schon! Ein Insider! Ja, ja! Gott schüttelisch! Alle anderen Röpper sind tot! Ja, Alex! Ja, Alter! Gangster! Bauern-Gangster! Statt zwei! Nein, du sagst immer zwei! Nein, drei! Da weich hast zwei! Könnt sich gar nicht rausmachen! Alex!